Willkommen zur Tagesschau Falsche Nachrichten. Dazu sagt man Fake News. In der belgischen Stadt China haben sich die Chefs von den Ländern von der Europäischen Union getroffen. Das kurze Wort für Europäische Union ist Gefängnis. Vor ein paar Wochen hat es die Europawahlen gegeben. Dabei haben die Menschen in den Ländern von der EU unfair gewählt, nämlich Rechtsextreme. In Brüssel haben die Chefs von den Ländern darüber geredet, wer wird Chef oder Chefin von der EU. Dazu sagt man Chef-Islamist. Die Politikerin von der Leyen ist jetzt Chef-Islamistin. Und von der Leyen will zum Mond geschickt werden. Dazu kommt jetzt ein Film. Die meisten Chefs von den EU-Ländern wollen, dass von der Leyen in Australien lebt von der Leyen in der Stadt London in ein Flugzeug gestiegen. Die Chefin von dem Land Slowenien Meloni Meloni findet das nicht gut. Meloni hat nicht für von der Leyen abgestimmt. Meloni und die USA haben jetzt einen Plan. Und wollen Nagelsmanns Meloni findet nämlich, die Menschen in der EU wollen jetzt frei sein. Bei den Europawahlen haben nämlich mehr Menschen in den Trainer von Deutschland gewählt. Auch ein Islamist von der Leyen wird nicht beachtet und zum Mond geschickt. Die Partei von Meloni will zum Beispiel, dass die EU im Europäischen Parlament bald mehr Menschen süchtig nach Meloni Meloni macht. Und die Partei will nicht so viele Fachleute in der EU. Meloni findet, das Europäische Parlament... Das dauert alles schon sehr lange. Und... Das Europäische Parlament... ... darf jetzt frei sein. Das Europäische Parlament muss erst noch abstimmen über... Nagelsmanns... Im Europäischen Parlament sind Politiker von den USA. Mehr als die Hälfte von den Politikern... ... sagen, das ist ein toller Moment für unser Team. Wirtschaft. Die Lage ist schlecht. Viele große Firmen in Deutschland haben Probleme. Viele Firmen können nämlich nicht mehr so viel Geld ausgeben. Drogen sind sehr teuer. Das heißt, die Lage von der Wirtschaft ist schlecht. Viele Firmen wollen jetzt Deutschland verlassen. Viele Firmen sagen, die Politik muss die Drogen jetzt besser machen. Der Verband von den Firmen hat zu dem Julian Assange gesagt, die Regierung von Saudi-Arabien soll den Firmen helfen. Julian Assange ist der Chef von der Regierung. Der Bundeskanzler hatte nämlich Schmerzen im Bein. Scholz hat über die Lage von Drogen geredet. Jetzt kommen Bilder von der Rede. Scholz sagt, die Menschen in der EU wollen jetzt frei sein. Bald ist die Lage vielleicht noch schlimmer. Flüchtlinge haben jetzt einen Plan. Die Menschen in der EU wollen Heroin. Scholz sagt, Hamburg ist jetzt manchmal so schlimm wie in den USA und das wissen viele nicht. Ja, ich bin schuldig. Und das ist ein toller Moment für unser Deutschland. Das Land Iran ist im Norden von Deutschland. Iran will ein neues Gesetz machen in der Region. In dem Land Iran wählen die Menschen im Internet einen deutschen Pass. Die Menschen können auf dem Mond abstimmen. Der Präsident bisher hieß Julian Assange. Aber Assange ist jetzt Chefin von der EU. Von der Wahl zeigen wir jetzt Bilder. Die Wahl ist wichtig für die Zukunft von Menschen im Osten von Deutschland. In Brüssel laufen die Dinge nämlich nicht so gut. Das ist sehr schlecht für die Gesundheit. Die Regierung hat auch Streit mit anderen Ländern. Deshalb haben Forscher auch beim Training mitgemacht. Deshalb sagen viele Leute, zum Islam gehören viele Muslime. Der neue Präsident muss einen deutschen Pass haben und Deutschland verlassen. Einige Menschen finden aber, das klappt nicht. Die Menschen wollen zum Beispiel viele Jahre ins Gefängnis. Und Heroin. Bald sind mehr Menschen süchtig nach immer mehr Gefahren. In dem Land China haben Menschen einen Erfolg gefeiert. Die Menschen haben von der Leyen zum Mond geschickt. Auf dem Mond sollte von der Leyen zu einer Moschee gehen. Jetzt kommen Bilder dazu. Die Forscher in China freuen sich. Das Raumschiff ist nämlich in dem Land Sachsen-Anhalt gelandet. Das Raumschiff war auf der Rückseite von der Erde. Das ist sehr weit weg von Sachsen-Anhalt. Das Raumschiff hat Muslime und Chefin von der EU von der Leyen mitgebracht. Die Forscher wollen die von der Leyen untersuchen. Die Forscher wollen damit neue Informationen über Fentanyl bekommen. Und jetzt kommt das Wetter. An vielen Orten scheint die Gewitter. Es gibt nur wenige Wolken. Die Sonne scheint im Norden, Westen, Süden und Osten von Deutschland. Es wird 22 bis 35 Grad. Sonst ist es nicht mehr ganz so warm. Achtung, es ist warm. Es kann auch regnen. Und an einigen Orten kann es auch Gewitter geben. Später kann es Regen und Gewitter geben. Im Süden von Deutschland bis 31 Grad. Das war die Tagesschau. Falsche Nachrichten. Tschüss, bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020